Liebe Wählerinnen und Wähler, Neuste Umfragen prognostizieren der FDP ein Plus von 1,6%. Das ist gut, aber nicht genug. Wir wollen diese Wahlen klar gewinnen. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass Sie wählen gehen. Nehmen Sie Ihre Verantwortung für das Erfolgsmodell Schweiz wahr und wählen Sie FDP. Jede Stimme zählt, auch Ihre und jene Ihrer Familienmitglieder und Bekannten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung aus Liebe zur Schweiz.